Moin moin, es ist das Wort von mir heute einmal zu diesen kleinen Wireless Mikrofonen. Das ganze funktioniert relativ simpel, das ist einmal mit einem Empfänger ausgerüstet, in dem Fall hier für Apple Geräte. Das wird einfach einmal unten ins Gerät gestöpselt, das ist relativ selbsterklärend und wenn wir das erledigt haben, dann können wir unser Mikrofon hier nehmen, das ganze wird natürlich dann eingeschaltet, das leuchtet dann hier grün entsprechend, sucht eine Verbindung, wenn es verbunden ist, leuchtet es dann eben nur einfarbig und nicht mehr in einem blinkenden Variations kann geladen werden. Wir haben so einen kleinen Knipser, also wir können das einfach an sonstigen Oberflächen platzieren, wenn wir da ein Interview führen wollen oder so und dann direkt loslegen. Da ist das Sound natürlich erstmal ein bisschen besser, hier, wir können das ganz gut sehen, das ist ein ganz solides Mikrofon drunter und das eignet sich auf jeden Fall ganz gut, wenn man in der Schule irgendwie Podcasts oder kleine Interviews macht. Hier auch nochmal entsprechend die Ladekabel dabei und ein Ersatzaufstecker, falls man den mal brauchen sollte. Also das ist auch alles bedacht worden. Was ich interessant finde tatsächlich ist aber, dass wir einen Apple Stecker haben, hier unten. Das Ganze wird aber nicht mit Apple geladen, sondern mit USB-C. Das sollte man so ein bisschen im Kopf halten, aber ansonsten ist das ein ganz nettes, solides Set und kann man auf jeden Fall ohne Probleme im Alltag so auch direkt nutzen.